Und herzlich willkommen bei unserem Webinar, wie du kurzfristig neue Projekte und neue Kunden für dein IT-Unternehmen gewinnst, obwohl kaum jemand momentan in IT investieren möchte. Meine Interviewgäste und ich, wir zeigen dir heute detailliert die Wege, mit denen du kurzfristig neue Kunden und neue Aufträge gewinnen kannst. Also der Michael Dalitzki, der Andrössner und der Daniel Gressler, wir zeigen euch das, wie wir das bei uns in den IT-Unternehmen machen. Zuerst einmal das Warum zum Thema Kunden und Aufträge gewinnen. Tatsächlich ist es so, dass momentan hier draußen in der IT-Branche, wie uns nicht anders geht als in anderen Branchen, unsere Kunden haben ja auch eine Art und Weise, wie sie die Welt da draußen momentan wahrnehmen. Und wenn man sich jetzt nur mal ein bisschen in die Presse vertieft, dann sieht man dort so Themen wie wirtschaftsweise praktizieren, leichte Rezession und Bruttoinlandsprodukt soll senken. Also überall nur schlechte Botschaften, es geht bergab und Deutschland ist momentan dem Untergang geweiht. So könnte man es zumindest denken. Das war aber schon immer so, denn wenn ich jetzt ein bisschen die Uhr zurückdrehe, nur zwei Jahre, da bin ich plötzlich beim Thema Deutsche Wirtschaft bricht in Corona-Krise um 5% ein. Und gehe ich noch ein bisschen weiter zurück, komme ich bei Themen an wie der IWF erwartet 2009 Weltrezession. Also schon vor 15 Jahren ist die Welt schon einmal mit untergegangen. Und für jeden, der jetzt momentan so in Untergangsstimmung ist, ist die Frage, Mensch, gab es nicht schon mal eine Phase, wo es genauso war? Ich frage mal kurz in die Runde, wie lange hast du schon dein IT-Unternehmen? Sollen wir mal sehen können, ob du vielleicht auch schon so ein paar schwierige Phasen dabei mit durchlebst hast und auch Krisenzeiten mit erlebt hast? Seht, ich gehe mir heute auch Mühe, dass wir auch immer viel Interaktion mit hinbekommen. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen und wir zoomen jetzt mal rein in diese Weltwirtschaftskrise 2009 und 2010, dann kann man hier auf dieser Grafik sehen, naja, das ist zum Beispiel der MSCI World Code, das ist ein Weltaktienindex, wie der sich seit 1969 auch dort weiterentwickelt hat. Und da denkt man, das geht ja auch konsequent nach oben. Zoome ich aber rein in diese Blase von 2007 bis 2009, wo die Welt unterging, dann sieht es hier so aus, als wäre die Welt untergegangen, auch wenn es ganzheitlich so aussieht, dass die ganze Entwicklung doch nach oben irgendwo ging. Tatsächlich ist es so, es gibt keine bessere Zeit zum Wachstum eines IT-Unternehmens als in Krisenzeiten. Nochmal, es gibt keine bessere Zeit für Unternehmenswachstum für IT-Unternehmen als außer in Krisenzeiten. Tatsächlich ist es so, dass in diesen Phasen mein eigenes Systemhaus innerhalb von zweieinhalb Jahren von 13 auf 42 Mitarbeiter gewachsen ist. Und die Fotos, die ihr hier seht, bei meinem Team und meinem Systemhaus, die sind jetzt ungefähr im Abstand von einem halben bis im Jahr entstanden. Ihr seht, da war viel Bewegung mit drin. Das Team wurde immer größer und größer. Und am Ende war nachher wirklich ein großes Unternehmen mit dabei, oder zwei große Unternehmen und das mittendrin in Krisenzeiten. Das bedeutet, eine wichtige Regel, was du als allererstes machen solltest, vor allem Neukundengewinnungsstrategien, ist, dass du gegenüber Mitarbeitern, Kunden und auch in einem Außenauftritt kommunizieren solltest, dass ihr auf Wachstumskurs seid. Das führt nämlich zu einer selbstbewahrheitenden Prophezeiung. Überleg dir doch mal, wie sich zurzeit deine Wettbewerber verhalten. Wie verhalten sich typischerweise Unternehmer in der aktuellen Situation? Sie sagen, jetzt müssen wir erstmal die Krisenzeiten abwarten. Lass uns gucken, wie wir irgendwie Kosten senken können. Lass uns vor allen Dingen erstmal am Marketing sparen und am Vertriebssparen Investitionen zurückhalten und einfach den Pessimismus mitplappern. Kann man machen, ist aber nur halbschlau, funktioniert auch nicht besonders gut. Tatsächlich, überleg dir mal, wie du dich besser verhalten solltest. Am besten wäre es doch, wenn du jetzt umgehend handeln würdest. Denn jetzt, wenn alle anderen Leute sagen, es ist jetzt Krisenzeit, dann ist es doch wichtig, sich genau umgekehrt zu verhalten. Nennen es immer das Prinzip Feuerwehr. Da, wo einige Leute rauslaufen aus dem Gebäude, da laufen wir halt rein. Es ist wichtig, jetzt ganz gezielt in Marketing und Vertrieb zu investieren und den Optimismus und den Tatendrang auszustrahlen und somit zum Kunden- und Mitarbeitermagnet zu werden. Tatsächlich bringt das eine ganze Menge dabei und darstellen kann man das Ganze eben auch an der Situation bei Corona-Zeiten. Ändere dich doch mal dran, als die ersten Restaurants nach Corona wieder eröffnet haben, da sah es bei einigen Restaurants so aus. Kleine Bitte, Anna, wenn du gerade zugehst. Anna, kannst du bitte nochmal eine Mail rausschicken? Ich habe gerade die Meldung bekommen, dass einige nicht reingekommen sind vorhin ins Webinar, weil ein falscher Link dabei war. Also bitte nochmal einmal den Link nochmal neu rausschicken. Danke dir. Würdest du als Gast gerne dorthin gehen in ein solches Restaurant, wo am besten draußen die Stühle abgesperrt sind, drin brennt kein Licht und der Gastronom sitzt so mit Händen vorm Kopf an seinem Tisch? Oder würdest du dich eher wohlfühlen, wenn du in solche Restaurants reingehst? Und deshalb sollte deine Außenwirkung genau das hier sein. Die Kunden sind es doch jetzt gewohnt, dass es überall Krisenmeldungen gibt, dass es überall schwierig aussieht, dass es überall nur von Krisen gesprochen wird. Und tatsächlich gibt es zum Thema Kaufen und Kundengewinn eine Grundregel. Menschen kaufen nur bei Menschen, die sich ihrer Sache sicher sind und diese Sicherheit auch ausstrahlen. Und das Gleiche gilt auch im Übrigen für Mitarbeiter, wenn du Mitarbeiter gewinnen möchtest. Das heißt, wenn du ihn nach außen trägst, ja, mag sein, dass es Krise gibt, aber bei uns gibt es das nicht, denn es ist eine ganz wichtige Botschaft, die du nach draußen trägst. Und das ist auch wichtig, wenn du Mitarbeiter gewinnen möchtest. Da gibt es den schönen Spruch, du musst schon da sein, bevor du angekommen bist aus dem Buch Die Möwe Jonathan. Das heißt, wenn du richtig das nach außen lebst und auch präsentierst, wirst du von alleine auch Kunden gewinnen, weil deine Kunden dich weiterempfehlen und sagen, Mensch, guck mal bei denen, da läuft das noch, da ist noch richtig Bewegung drin, zu denen musst du gehen, die haben ja IT-Business noch im Griff. Und das heißt, wenn du richtig Gas gibst und jetzt investierst, das richtig Gas geben und investieren, ist jetzt der beste Weg, um mit dem eigenen IT-Unternehmen den Wettbewerb abzuhängen. Und dazu eine ganz kurze Geschichte, kannst du dir genau überlegen, ob es vielleicht für dich zutrifft. Stell dir vor, zwei IT-Unternehmer, diese beiden Herren hier, gehen im Wald zelten. Und die denken sich nichts Böses und auf einmal hören sie ein wildes Geräusch, gucken aus dem Zelt raus und sehen auf einmal so einen riesigen Bären vor dem Zelt stehen, der extrem hungrig aussieht. Beide erschrecken sich tierisch und der eine von den beiden rennt los und rennt um sein Leben, der Linke hier. Und während er losläuft, dreht er sich noch einmal um zu seinem Kollegen, der hat nochmal angehalten und sich niedergekniet und knotelt sich seine Schuhe nochmal richtig fest zu. Und da sagt der linke Kollege, hey, was machst du denn da, wenn du jetzt da stehen bleibst? So wirst du ja nie schneller sein als der Bär. Und da sagt der rechte Kollege, ich muss gar nicht schneller sein als der Bär. Ich muss ja nur schneller sein als du. Das bedeutet, ihr müsst gar nicht das beste Marketing der Welt machen, den besten Außenauftritt, ihr müsst ja nur besser sein als eure Wettbewerber, um euch in diesem Thema durchzusetzen. Und genau dafür zeigen wir euch heute genau die richtigen Wege. Es geht also darum, sich mit einem richtigen Marketing und einem effektiven Vertrieb durchzusetzen. Und die Frage ist, was haben andere IT-Unternehmer in diesem Bereich erreicht? Und damit wären wir beim ersten Interviewgast, dem Michael Dalecki. Hallo Michael, grüß dich. Hallo Mike, grüß dich. Hi. Erstmal vielen Dank, dass du die Zeit heute genommen hast und dass du in Zeiten, wo andere IT-Unternehmer nur Krise schreien, mit frohen Mutes voranmarschierst und eigentlich momentan mehr Chancen siehst als Probleme. Ich habe dich im Vorfeld des Webinars gefragt, was denn so für dich mal so ein Leitsatz ist. Und du hast gesagt, nimm den Gewinn, investiere deinen Gewinn in Marketingvertrieb und wenn du deine Strukturen im Griff hast. Erzähl doch mal ein bisschen mehr über dich und dein Unternehmen. Welcher Jahrgang bist du? Ich bin Jahrgang 63. Das heißt, ich gehöre schon so zu den alten EDV-Hasen, die noch MS-DOS und Nobelnetwerk kennen. Ich mache das also schon rund 40 Jahre. Ich habe hier ein Team aufgebaut inzwischen. Wir sind mit acht Mitarbeitern. Und die Firma, die Einzelfirma als solches, habe ich gegründet 1989 und zehn Jahre später ist aus der Einzelfirma die GmbH entstanden. Ihr habt ja auch eine Branchenspezialisierung bei euch, ne? Richtig, genau. Wir sind durch einen, ich sage mal, vor 15 Jahren ungefähr großen Zufall, da ist eigentlich meine Frau ein bisschen schuld, die war oder die arbeitet im Vertrieb für medizinische Instrumente, für zahnmedizinische Instrumente. So sind wir auf die Branche Zahnärzte und Kieferorthopäden gekommen. Ja, ich sage mal, früher wollte ich damit nie was zu tun haben, bis wir dann so in die ersten Praxen reingeguckt haben und da eine relativ grüne Wiese, was das Thema IT angeht, vorgefunden haben. Ja, haben uns inzwischen absolut darauf spezialisiert. Wir lieben eigentlich unsere Kundenklientelen und fühlen uns auch absolut wohl und es funktioniert eigentlich auch bestens. Danke. Das heißt, habt ihr euch so ein bisschen positioniert? Gibt es so eine Spezialität, wie eure Kunden euch beschreiben würden, wenn sie euch sehen? Was würden die in einem Satz sagen? Was würden sie sagen? Also wir sind ein Vollausstatter und wir machen IT-Lösungen für Praxen. Also zu uns kommen, zu uns kommen, ich sage mal, Neugründer, die eine ganze Praxis ausgestattet haben wollen, die eigentlich überhaupt nicht wissen, was die so in Zukunft machen sollen. Und ja, die nehmen wir an die Hand und führen die dann letztendlich durch, bis sie dann irgendwann ihr Röntgenbild auf dem Monitor sehen. Klasse. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie man das Thema Geschäftsaufbau machen kann. Die einen jagen von Projekt zu Projekt, die anderen sagen, ach Mensch, mir ist es lieber, wenn ich erst mal vielleicht auch einen Großteil meiner Kosten durch wiederkehrende Einnahmen mache. Zu welcher Fraktion gehörst du? Also wie stark betrifft dich das Thema wiederkehrende Einnahmen? Wiederkehrende Einnahmen ist für uns das absolute Top-Thema. Wir sind eigentlich schon seit Gründung immer der, oder der Leitsatz von diesem Unternehmens war eigentlich vom ersten Tag an, dass wir Wartungsverträge mit den Kunden abschließen wollen, um einfach feste Einnahmen monatlich zu generieren. Und ich als Geschäftsführer habe dann so den ersten Mitarbeitern immer gesagt, Jungs, wir brauchen Wartungsverträge. Dann brauchen wir uns am Monatsende eigentlich nur noch um den Spaß kümmern, wenn das alles gut funktioniert. Und das ist auch vom Erfolg heute geschrieben. Also jetzt auch, ich sag mal, mit deiner Unterstützung immer da auch ein super Weg. Klasse. Gut. Also ein Schlüssel heißt für euch wiederkehrende Einnahmen, zweiter Schlüssel heißt für euch Spezialisierung. Das heißt, wenn du jetzt an das Thema neue Projekte und neue Kunden denkst dabei, was ist so euer Weg dazu? Wie würdest du jetzt einem Zuhörer heute im Webinar beschreiben, was eure Ausgangsposition ist und wie ihr an den Markt rangeht? Ja, wir sind ja jetzt ein sehr kleines Unternehmen mit acht Mitarbeitern. Ein limitierender Faktor ist sicherlich auf der einen Seite unsere Unternehmensgröße, wo wir stark dran arbeiten. Jetzt haben wir aber einen sehr spezialisierten Kundenkreis. Das heißt, wir bewegen uns in einem Markt. Ich sag mal, Kieferorthopäden gibt es 2700 Stück am Markt. Und wir sind eigentlich bekannter durchgeworden, dass wir auf Kongresse fahren, dass wir auf persönliches Empfehlungsmarketing nachher automatisch gekommen sind, dass wir einfach einen guten Job gemacht haben. Und wir sind, das muss man sagen, was das Thema Kieferorthopädie angeht und IT-Technik, gehören wir sicherlich in Deutschland zu den, ich sag mal, Top Dreien, die genau wissen, was sie dort an der Stelle tun. Es ist allerdings auch so, dass wenn man jetzt diese starke Spezialisierung hat, dass sich trotz der Spezialisierung ein großes Marktpotenzial noch auftut. Also wenn wir jetzt heute an Wachstum denken, dann gucken wir heute schon über den Tellerrand und sagen, jetzt ist die Zeit, wo wir vielleicht trotz Krise, obwohl alle über Krise reden, ganz klar sagen müssen, was ist mit Humanmedizinern und so weiter. Weil dieser Medical-Gedanke, der lässt sich natürlich beliebt, nicht beliebig, aber der lässt sich schon sehr gut aufbauen. Gut, also sprich, eure Spezialisierung jetzt ist einfach ein bisschen größer denken, wer könnte noch die gleichen Konzepte von euch gebrauchen. Jetzt sind wir uns ja vor einiger Zeit über den Weg gelaufen. Wie seid ihr ursprünglich auf uns mal aufmerksam geworden? Na gut, wir sind Synaxon-Partner seit sehr, sehr langer Zeit. Das ist ja auch eine Plattform, wo du das eine oder andere mal tätig warst. Da tauchte so das erste Mal der Name auf. Wir haben dann auch so wie heute einfach mal an einem Webinar von dir teilgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches das vor einiger Zeit war. Naja, und dann, ich sag mal, wenn man diverse Klicks auf deine Links gemacht hat, dann gibt es ja täglich Nachschub, was so das Bergmann-Know-how umgeht. Dann würde ich sagen, so 75 Prozent in dem Bereich ist Bergmann. Und so kam halt durch dein geniales Marketing, wie ich es empfinde, eigentlich der Weg dann doch ganz schnell zu dir rein. Vielen Dank dafür. So, und dann habt ihr euch ja in der Zusammenarbeit für eine Leistung für uns entschieden. Wir haben da verschiedene Ansätze. Wofür habt ihr euch entschieden und wie lange seid ihr schon mit dabei? Wir sind Ende 2022 ins Unternehmenscoaching eingestiegen. Ich glaube, im Januar 2023 haben wir angefangen direkt, sind durchgestartet, haben das erste halbe Jahr sehr erfolgreich mit dem Unternehmenscoaching gemacht, haben dann nach sechs Monaten festgestellt, dass das Potenzial, was wir in diesem Coaching bekommen haben, eigentlich riesengroß ist und dass man nicht komplett durchrauschen kann, sondern wir sind dann in die Verlängerung gegangen, haben das Ganze jetzt auf ein Jahr auch nochmal hochgebohrt und werden auch sicherlich noch erfolgreiche weitere Monate miteinander verbringen an der Stelle. Also es ist ein großer Brunnen, wo man sehr viel daraus schöpfen kann. Vielen Dank für die Blumen, gebe ich auch gerne mal ein Team zurück. Wir achten ja mal darauf, dass wir einfach immer neuen Input auch liefern, sodass ihr ganz viel Zeit und vor allen Dingen teures Lehrgeld spart dabei. Jetzt hast du gesagt, ich bin ja schon 40 Jahre als Unternehmer fast unterwegs in dem Bereich und trotzdem gab es ja für dich irgendwelche neuen Erkenntnisse. Irgendwas war anders als das, was du vorher gemacht hast. Was war denn für dich so, mal in Stichworten, was sich so am meisten für dich verändert hatte? Was hat sich verändert? Also erstmal hat das eigene Mindset sich verändert. Wir haben vorher in Strukturen gedacht, wo wir nur über Techniker gesprochen haben. Wir haben eigentlich nur das Thema IT-Fokus immer gesehen. Wir haben natürlich schon ein bisschen über Abläufe und so weiter diskutiert und haben diese auch festgeschrieben, aber es war eigentlich immer eher so eine Seitwärtsbewegung. Also da hat sich nicht wirklich was getan.